Wer von euch kann sich da draußen ein Leben ohne Internet vorstellen? Wie wird das Leben, wenn man einer digitalen Person das Internet nimmt? Das heutige Video wird ein Experiment, in dem ich 24 Stunden auf jeglichen Zugriff zum Internet auf mein Smartphone verzichten werde. Das heißt, ich habe keinen Zugriff darauf und das einzige, was ich hier noch haben werde, ist so ein Notfallhandy. Damit kann man aber allerhöchstens einen SOS-Anruf tätigen. Und ich fordere natürlich jeden YouTuber da draußen aus, das irgendwas auszuprobieren. Ich bin gespannt, wie euer Tag wird. Also, los geht's und ich bin gespannt. Es gibt hier keinen Zugang zum Internet, zu WhatsApp, zu gar nicht. Eigentlich würde ich jetzt mein Frühstück vom Laptop essen, aber ich dachte mir, wenn ich schon keinen Zugang zum Netz habe, dann kann ich das doch mal schön auf meinem Balkon gehen und parallel ein Buch lesen. Für alle, die sich fragen, was das ist, Sorge dich nicht, lebe von Dale Carnage. In diesem Buch greift Dale Carnage eines der wichtigsten Themen unserer Zeit auf. Die alltäglichen Ängste und Sorgen, die uns an der Entfaltung unserer Möglichkeiten hindern und die es uns so schwer machen, einfach glücklich zu sein. Und ihr müsst euch vorstellen, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo FOMO herrscht. FOMO steht für Fear of Missing Out. Und ich glaube, wir sind durchgängig am Handy, weil wir immer das Gefühl haben, wir verpassen was. Wir verpassen unsere Freunde, wir verpassen die News, wir verpassen irgendwelche unbelanglosen Nachrichten, die kein Mensch braucht. Hier steht selber, dieses Buch hilft ihnen, sich das Sorgen abzugewöhnen, ehe es sie zugrunde richtet. Und ich glaube, wenn viele damit aufhören würden, durchgängig das Gefühl haben zu müssen, ständig on top of the game zu sein, immer alles zu wissen, was gerade passiert, das unterstützt einen in ein glückliches Leben. Also und für alle, die sich fragen, was ich esse, ich frühstücke immer Haferflocken mit Reis und Mandelmilch. Dann mache ich eine halbe Banane rein, die zermansch ich dann leicht für die Süße. Und je nachdem, welche Früchte ich zu Hause habe, mache ich dann einfach rein. Ich habe jetzt schon irgendwie das Gefühl, ich denke ein bisschen anders übers Leben. Das ist einfach schön, um es mal aufschwebst zu sagen. Also, das ist echt ein Traum. Ich habe Besuch von meinem Schwager. Was tust du da? Ich nehme dir das jetzt weg. Du machst jetzt mit bei meinem Experiment. 24 Stunden ohne Handy und Internet. Warum muss ich da mitmachen? Weil das dann für mich mein Leben vereinfacht. Ich bin ein Tier. Kannst du ohne das Internet leben? Nein. Kannst du ohne dein Handy leben? Verdammt, die zwei Dinge wurden erfunden, damit ich das benutze. 24 Stunden, okay? Okay. Aber wenn danach etwas passiert, bist du schon. Nein, wir wollen sehen, was das Fazit dann ist. Das Fazit ist, dass eine Million Leute mich anrufen. Ich werde mich jetzt erstmal mit meinem Schwager zu meinem Lieblingscafé machen. Weil ich meinen Schwager vor lange nicht mehr gesehen habe. Yay! Und jetzt ist er wieder da. Vielleicht drehen wir ein Video. zusammen. Und wie viele Daumen hoch was dieses Video dafür kriegen? 50.000. Ihr habt es gehört. Und dann machen wir ein richtig lustiges Video zusammen. Und was war das letzte Video? Vor drei Jahren oder so? Und wie geht es dir bis jetzt so ohne Internet und Handy? Ey, ganz ehrlich, es ist voll hart. Ich finde es so hart verdammt nochmal. Ich will mein Handy. Ehrlich, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, Dunja schreibt mir oder, oder, keine Ahnung, wenn jemand ruft mich an, oder, jeder will doch was für mich. Wie immer ist das Wetter in Berlin regnerisch? Es hält uns aber jetzt nicht davon ab, rauszugehen. Was ist eure Lieblingsjahreszeit? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Aber ich kann dieses Wetter nicht mehr sehen. Ich brauche wenigstens milde Temperaturen. Mild. Da wäre ich schon zufrieden. Angekommen, jetzt erstmal raus in den Regen. Ich bin mein Handy wieder. Wissen Sie, was ich auch extrem pass finde, wenn man kein Handy hat? Man weiß nicht, wie spät es ist. 3, 2, 1. Schlecht. Ich benutze meine Finger für mein Handy. Diesen Teil. Wie anstrengend es manchmal ist, mit einem Handy unterwegs zu sein, mit Freunden, weil sie 20 Minuten, bis es eingeschmolzen ist, erstmal ihr Essen oder ihre Getränke fotografieren müssen. Und das habe ich jetzt gerade nicht und ich feiere das gerade extra. Würde das Internet nicht Teil meines Berufes sein, würde ich kein Facebook haben, kein Instagram, kein gar nichts. Dementsprechend wäre es für mich einfach, das nicht zu nutzen. Aber als jemand, der viel E-Mail-Verkehr hat, Meetings vereinbart über E-Mail, über WhatsApp, über alle sozialen Kanäle arbeitet, ist das natürlich schon eine Herausforderung, für den Tag mal kein Internet zu fahren zu haben. Bin ich eigentlich der Einzige, der diese Art von Bäumen liebt? Ich bin jetzt gerade eben auf dem Weg zum Termin mit der Bank. Allein wie der Boden aussieht, kriege ich das mal an. Mittlerweile ist Lamea jetzt auch da. Lamea, sag Hallo. Und ich brauche für ein Event, was morgen ansteht, einen Anzug. Dafür sind wir jetzt erstmal in die Moor gekommen. Jetzt habe ich mir mal die Farben geholt. Wie findest du die? Wow! So. Wollen wir doch mal die Sachen anprobieren. So. Erster Anzug ist an. Sieht gut aus. Mir gefällt die Farbe voll. Lass mich mal auch wissen, ob ich mal so ein Guide machen soll, wie man als Mann den perfekten Anzug findet, weil es gibt viele Fehler, die man machen kann. Das hier ist jetzt diese Farbe. Die Farbe ist auch mega, mega nice. Also, ist man auch voll im Trend. Aber, naja, ist der Anzug ein bisschen zu schmal geschnitten. Aber die Farbe ist richtig schön. Hier ist die GQ. Die 100 stylishsten Männer der Welt. Best Dress 2017. Ist das mein Name? OMG! Woo! Generation Y. Guten Tag! Ich wollte alleine gehen. Ich habe jetzt meinen Anzug gefunden. Und er ist richtig schön. Das heißt, ich bin für morgen gut gerüstelt. Und jetzt gehen wir erstmal nach Hause. Ich habe mich ohne. Ich liebe Berlin. Das sieht so cool aus. Ich auch. Ich frage bewusst jetzt, aus welcher Stadt ihr kommt. Für etwas anderes, was ich geplant habe. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich wohne in Berlin. Mit der netten Dame hinter uns. Die am Handy ist. Ja, ich hingehe am Handy. Schnell. Ah. Ich habe gerade das Handy so fein. Das ist super. Little T-Tox. Und zwar light. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause. Und ich habe langsam aber sicher Hunger. Und da ich jetzt nicht einkaufen gewesen bin, werde ich mir erstmal was warm machen, was ich noch im Kühlschrank hatte. Und zwar diese leckere Kokos-Tomaten-Brokkoli-Cashew-Kern-Suppe. Yummy. Essensfertig. Ah. Essensfertig. Ah. Au. Ich hätte so Lust auf so ein Format. 15 Minuten Küche mit Sammy. Wo ich euch Rezepte zeige, die ihr in 15 Minuten machen könnt. War das was für euch? Mh. Und da man sich auf gute Freunde verlassen kann, sind die guten Freunde auch pünktlich gekommen. Und sie haben einen kleinen Huni mitgebracht. Moses. Stehst du mir was mit? Ja. Ich gucke aber nicht. Haha. Hier. Wie schau. Ich guckee. Wie schau. Ich guckee. Hier. Ach. Ich guckee. Opa. Ich guckee. Mac, blege. Ja. Du kannst. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, 25 Stunden ohne Internet, ohne Zugang zum Netz und zu meinem Handy zu haben und ich will euch ein Fazit geben am Ende des Tages. Anfangs war es voll schwer, weil man ist ja dann doch gewohnt, durchgängig connected zu sein. Man weiß nicht, sagen Leute zu, sagen sie ab. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme aus einer Zeit, klingt so, als wäre ich aus der Vergangenheit in die Zukunft gereist, nein, aber ich komme aus einer Zeit, in der man sich damals verabredet hat und es gab keinen Zugang zu WhatsApp, zum Internet etc. Und dann war es klar, man verabredet sich und man trifft sich an dem und dem Ort um die und die Zeit. Mittlerweile ist es so, dass ich teilweise das so erlebe, dass Menschen fünf Minuten vorher absagen, mit einer einfachen WhatsApp oder einer Sprachmemo und heute war auf jeden Fall mega bereichernd. Ich finde es hat einen sehr positiven Aspekt. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt unbedingt zu meinem Handy rennen muss und unbedingt irgendwas mit der Welt teilen muss. Also ich muss jetzt nicht das nächste Foto posten und ich muss jetzt nicht irgendwie den nächsten Tweet rausschicken. Auch wenn ich das super gerne mache, versteht mich nicht falsch. Ich liebe es mein Leben mit euch zu teilen und euch zu motivieren, inspirieren, was auch immer ich tue. Mein Schwager hat das auch mit mir durchgezogen und es hat super viel Spaß gemacht. Die Gesprächsthemen wurden immer tiefer und man hat sich Dinge gefragt, die man sich wahrscheinlich im Alltag nicht fragt. Man realisiert eigentlich, wie uns vieles vereinfacht wird durch so ein Gerät, durch so einen Zugang. Ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Smartphone voller E-Mails und Nachrichten und Telefonaten ist, aber für dieses Experiment 24 Stunden ohne Internet was, ja, das war es mir allemal wert. Ich habe jetzt Spaß, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich pause jede Woche und ich hoffe, ihr haltet euch noch ein bisschen auf meinem Kanal auf. Schreibt mir gerne Kommentare und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Und hier parallel ist noch mein letztes Video, was ihr anklicken könnt. Bis dann. Ich freue mich.